Microsoft liest mit und zensiert, was nicht gefällt. Das steht so in den neuen AGBs, ein bisschen komplexer, aber darauf läuft es hinaus. Die Details von meinem Kollegen hier. Der Zensor, der sitzt in Zukunft nicht mehr in irgendeinem Amt, sondern schon in der Tastatur. Und außerdem nimmt die Gewalt an den Grenzen Europas weiter zu. Die Luft an diesem Morgen ist voller Angst und mit dem Geruch des Todes versetzt. Das ist ein Bericht aus einer serbischen Grenzstadt. Matthias Nikolaides hat das für uns genauer betrachtet. Und zuallerletzt, wie kommen die Menschen nach Europa? Es gibt also diese Balkanroute, wo jetzt Schießereien sind. Aber natürlich, viele Menschen kommen auch über die See, die Mittelmeerroute mit Schleppern, die oft als NGOs Seenotrettung betreiben und die Leute dann von der Küste Afrikas nach Europa bringen. Die werden von Deutschland bezahlt, wie jetzt Annalena Baerbock bestätigt hat. Und das war's für heute und bis morgen.